Wir kommen! Wer bist du im normalen Leben? Ich bin Sean. Ich bin Lisa. Vermisst werden Dylan und Holly Meredith. Wir sind vom Opferschutz. Sean, das ist Lisa von der Polizei. Wir machen's öffentlich. Tun Sie nur eins. Finden Sie meine Kinder. Wir tun alles, was wir können. Ich hab nichts damit zu tun. Ich bin Ihr Vater. Könnten Sie weggelaufen sein? Sie macht ihr was vor. Das ist Ihr Job. Sie wissen überhaupt nichts von uns. Vielen Dank.